Intro Moin Leute, es ist Donnerstag und das heißt wir haben eine brandneue Eventwoche in GTA Online und die werde ich hier in diesem Video kurz und knackig zusammenfassen, also bleibt dran und wenn es dir gefällt, lass mir ein Like da und abonnier ganz kostenlos diesen Kanal, um mich zu supporten und damit du auch nichts mehr rund um GTA Online verpasst. In diesem Sinne würde ich sagen, starten wir direkt rein in das heutige Video. Fangen wir mal an mit dem Gratis-Fahrzeug, was wir diese Woche am Glücksrad drehen können und das ist der Komet SR. Den könnt ihr diese Woche am Glücksrad kostenlos bekommen, ist in real life ein Porsche und macht Bock zu fahren. Also, wer darauf Bock hat, dreht diese Woche am Glücksrad und gewinnt den Komet SR. Machen wir weiter mit den Geldmethoden, wie wir diese Woche recht viel und schnell Geld machen können und da haben wir doppelte GTA-Dollar und RP auf die Arena-Warm-Modi. Dann haben wir noch doppelte GTA-Dollar und RP auf Rining Hunt und die Spezial-Fahrzeug-Aufträge. Werde ich euch alles einblenden, Geldmethoden technisch ist es ganz okay, nicht das Beste, aber man kann sich auch eigentlich nicht beschweren. Wie gesagt, das sind die Geldmethoden dieser Woche. Wir haben natürlich wieder zahlreiche Rabatte am Start, die ich euch natürlich auch wieder einblenden werde. Unter anderem haben wir auf die Arena-Werkstatt-Rabatt auf vereinzelte Arena-Warm-Fahrzeuge. Und wie gesagt, alle Rabatte werden hier auch nochmal eingeblendet. Da könnt ihr euch gerne was gönnen, wenn ihr da irgendwie und in irgendeiner Art Interesse habt. Dann haben wir natürlich auch noch ein Premium-Rennen, ein Zeitrennen und ein RC-Bandido-Zeitrennen. Dazu kommt natürlich wie immer auch ein Video mit der besten Route. Und das war es auch schon von der Event-Woche. Schreibt auf jeden Fall mal Hashtag Stream in die Kommentare, wenn ihr im Stream am Start wart. Und dann würde ich sagen, schreibt eure Meinung zu der Event-Woche in die Kommentare. Dann bin ich raus. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Haut rein und... Bis zum nächsten Mal.